Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bas Sultan Hengst, bester Mann. Nachdem das Album mehrfach verschoben wurde, ist es nun endlich soweit. Die Berliner Schnauze meldet sich mit einem neuen Album zurück. Bester Mann kommt mit 13 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album erscheint über das Label No Limits und erscheint als CD und auch als Box. Dendemann ist zurück und es wurde höchste Zeit. Das letzte Album des Deutschrap-Urgesteins erschien im April 2010 und ist somit knapp 9 Jahre her. Dendemann beinhaltet 12 Tracks, Features kommen von Casper, Toy Tiller, Beginner und Trettmann. Das Album wird über Vertigo Berlin veröffentlicht und erscheint als Box, CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.